Die Vieja Contrapatria Neuer Aus dem País, die offreicht die Seguridad. Aus dem País, con sistema legal intacto. Aus dem País, lleno de abundancia. Als ich sechs Jahre alt war, machte mein Vater Nägel auf den Kopchen. Und wir entschlossen tatsächlich, unsere Heimat zu verlassen. Doch das verlief nicht ganz exakt nach Plan. Aufgrund eines Unfall, erschob sich mein Umzug nach Europa. Und so kam es, dass ich erst in Dachdien nach Europa zog. Aus dem País, con mucho frío. Aus dem País, de mucho miedo. Aus dem País, de Xenophobia. Meine ersten Erfahrungen in Österreich waren geprägt von Frustration und Fremdfeindlichkeit. Und von Hass gegen mir Personen, die nicht Deutsch sprechen. Und von komischen Blicken aufgrund meiner Hautfahre. Als ich den ersten Schock verdaut hatte, bemerkte ich, dass Österreicher und Österreicherinnen, auch wenn sie dasselbe sagen wollen, nicht gleich offen und herzlich kommunizieren, wie die Menschen in meiner Heimat. Ihre Kühlung reservierte Art, streckte mich zu Beginn ab. Doch als ich verstanden hatte, bemerkte ich, dass Österreicher merkte ich, hatte, traf ich auf einmal, immer häufig auch Personen, die mich unterstützen, mich ermutigten und mir weiterhelfen. Personen, die mir das wahre Österreich zeigten. Geprägt von Offenheit, Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und den Blick über den Tollerrande. Diferentas culturas und der Welt immer sich in der Republik Deutschland befinden. Die Diversität und die Diversität und die Differenzierung ist etwas komplett normales, in meinem Falle zu Beginn. Ich bin wirklich extraño, dieses Gefühl der cogezune, obwohl die Differenzierung hier in Österreich. Pero estoy dispuesto a cambiar esta actitud y hacer que Austria sea un poco más abierta. La diversidad enriquece nuestra comunidad, nuestra actitud hacia los demás y toda nuestra vida. Austria, ein Land mit einer harten Schale und einem weichen Kern. Austria, ein Land, das ich meine zweite Heimat drehen darf. Austria, ein Land mit viel Potenzial. Aber habe ich euch schon von meinem Land erzählt, die Dominikanische Republik. Es ist nicht nur ein Land mit viel Kriminalität, sondern auch ein atemberaubend schönes Land. Wegen dieser Schönheit der gastfreundlichen Personen und einzigartigen Stimmungsströmen mehr als 7 Millionen Touristen pro Jahr in meinem Land. Hier lassen sie ihre Seele baumeln und holen sie Kraft für den oftmals stressigen Alter. In diesem Land wird kein Unterschied gemacht, wer du bist oder woher du kommst. Egal ob schwarz oder weiß, dick oder dün, groß oder klein. Hier wird jede Person herzlich willkommen geheißen. Und jede Person wird sicher auf unserer Insel und zu Hause fühlen. Die Schweiz ist hopen von laut. De felicidad, donde todos los días es algo que celebra. A veces pienso que habría pasado si me hubiera quedado allá. Si fuera a tener esta oportunidad que tengo aquí. Hasta tiene muchas más oportunidades para vivir. Pero cuando pienso en mi tierra, solo recuerdo momentos felices. Donde reía, la comida, todo era bueno. Pero viviendo aquí también sonrío y tengo una familia. Y la escuela solo ha cambiado un poco. República Americana, el país del patriotismo. República Americana, el país con más religiosos. República Americana, el país con muchos turismos. Si vas de vacaciones a mi país, solo ves la playa, las comidas ricas. Pero detrás de todo eso, hay personas que pasan hambre. Personas que duermen en la calle. Gracias a Dios no viví igual que ellos. Tuve una vida normal. Tuve una vida natural. Y ahora que se siergui tengo más de lo que necesito. Dominicanscapulic, das Land mit viel mehr. Dominicanscapulic, das flache Land. Dominicanscapulic, das Land der Freunde. Die Dominikanische Republik bietet dir vielleicht nicht hundertprozentige Sicherheit, jedoch bietet sie auf jeden Fall Freude, Lebenslust und Tanzen. Als ich nach Österreich kam, war ich in die Kultur, die Menschen und das Abenteuer verliebt. Die Hissbereitschaft und das neue Lesen, mich mein Heimatland vergessen. Doch mit dieser Zeit vermisse ich das Leben in der Dominikanischen Republik mehr und mehr. Ich als braunes Mädchen habe es manchmal schwieriger in meinem weißen Arten. In meiner letzten Schule hatte ich es sehr schwierig. Jetzt fühle ich, dass ich in meiner neuen Schule angekommen bin und meinen Platz gefunden habe. Manchmal bekomme ich Heimweh und Tränen laufen mir über mein Gesicht. Im nächsten Moment geht doch denke ich an meine Zukunft und was ich wirklich will. Ich bin dankbar für meine Chance, die ich hier in meiner neuen Heimat bekomme. Danke Österreich. Gracias Austria. Danke rupees.